Hallo und herzlich willkommen bei HotStockFlow, mein Name ist Daniel. Heute möchte ich euch mal wieder drei interessante Aktien vorstellen, die aus meiner Sicht das Potenzial haben, sich zu Multi-Baggern beziehungsweise eventuell sogar zu Ten-Baggern zu entwickeln. Also sprich, dass sie in den nächsten Jahren ihren Kurs zum aktuellen Zeitpunkt vervielfachen bis zu verzehnfachen sogar. Ich habe euch drei komplett unterschiedliche Unternehmen heute mitgebracht, also aus komplett unterschiedlichen Bereichen. Und vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was Spannendes mit dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Als erstes kommt ein Titel aus der Genomik und das ist Editas Medicine. Ihr aktuelles Marktcap liegt bei knapp 2,3 Milliarden US-Dollar und ihr Kursumsatzverhältnis bei 23. Editas ist eines der aussichtsreichsten Unternehmen im Genomik-Sektor, die in den letzten Jahren wirklich schon eine ganz gute Umsatzentwicklung hatten. Aber was hier das viel Interessantere ist, ist ihr Portfolio. Denn sie haben hier wirklich einige spannende Sachen mit dabei. Sie sind also im Biotech-Bereich in klinischen Studien mit drin, mit mehreren Therapien auf Basis der CRISPR-Cas9-Gen-Editing-Technologie. Und eine der ganz interessanten Sachen, die ich finde, ist im Bereich der Augenerkrankung. Hier möchten sie LCA-10 bekämpfen und hier die krankheitsverursachende Mutation möchten sie hier angreifen, also sozusagen entfernen. Denn diese Krankheit ist für völlige Blindheit verantwortlich. Natürlich nicht bei allen, aber doch bei wirklich sehr vielen Blinden ist eben diese Krankheit mit einer der Tatsachen, dass eben derjenige erblindet und das schon teilweise dann eben von Geburt an. Und hier haben sie jetzt eben eine Methode entwickelt, wo man diese Mutation dann quasi mit der CRISPR-Cas9-Methode entfernen kann. Also das heißt ja nicht umsonst Genschere, weil so für den Laien ausgedrückt funktioniert es eben genauso. Also man sucht sich dieses Gen dann quasi aus und kann dann hier einfach fehlerhafte Sequenzen beispielsweise dann ausschneiden. Also das ist wirklich eine super interessante Methode. Und hier ist Editas zurzeit wirklich sehr stark aufgestellt. Also haben hier schon wirklich tolle Ergebnisse vorzuweisen, um dann hier eventuell dann tatsächlich mal sogar Blindheit oder eben Sehschwächen oder Augenerkrankung heilen zu können. Also eine wirklich extrem aufregende Methode, wie ich finde. Und gerade in dem Genomics-Sektor wird es meines Erachtens nach in den nächsten Jahren wirklich mehrere Multi-Bagger oder sogar Ten-Bagger-Unternehmen geben. Und hier könnte Editas eben einer der Kandidaten dann sein. Es ist natürlich schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wie genau das dann alles, also wie gut das dann funktioniert. Aber sie sind hier eben schon in wirklich mehreren klinischen Studien mit ihrem Portfolio mit drin. Und da könnte auf jeden Fall dann ein absoluter Durchbruch mal passieren. Und da könnte man zum jetzigen Zeitpunkt noch eben profitieren, wenn das Unternehmen eben noch wirklich sehr klein dann ist. Denn wenn man sowas dann heilen kann, das ist natürlich schon wirklich extrem starke Sache. Vor allem für diejenigen, die halt wirklich dann mit so einer schweren Krankheit auf die Welt dann beispielsweise kommen. Das zweite Unternehmen, welches ich heute mitgebracht habe, ist eins aus dem 3D-Druck-Segment, 3D Systems. Aktuell liegt das Marktcap bei 3,7 Milliarden Dollar. Und das Kursumsatzverhältnis bei 6,4. Die 3D-Technologie war jetzt in den letzten Jahren etwas, was nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber viele sind sich da einfach einig darüber, dass in 3D-Druck große Zukunft drinsteckt und sehr viele Potenziale. Und hier ist 3D Systems, also viele Experten sagen sogar, dass sie hier der am breitest aufgestellte Player im Markt sind, aber zumindest einer der breitesten. Also sie sind hier wirklich sehr stark positioniert. Wir sehen auch an den Ergebnissen. In den letzten Jahren hat sich hier wirklich nicht viel getan. Vor allem Corona war dann auch für die meisten 3D-Druckhersteller oder die Unternehmen, die hier tätig sind, ein wirklich sehr schlechtes Jahr. Aber hier könnte man jetzt eben zurzeit dann wirklich noch von der Schwäche der letzten Jahre profitieren. Und der 3D-Druck wird halt auch meines Erachtens nach jetzt erst in den nächsten Jahren groß werden. Da könnte man sich dann eben jetzt schon aussichtsreich dann positionieren, wenn die Unternehmen eben noch nicht so auf dem Schirm von einigen Anlegern dann sind. Und 3D Systems ist hier wirklich halt sehr breit dann vertreten. Also sie haben 3D-Drucker im Metallbereich, im Kunststoffbereich, aber auch Metallguss oder in der 3D-Druckzahnmedizin und im Schmuck. Dann eben auch für verschiedene Werkstoffe wie Metalle, Kunststoffe oder dann eben auch Dentalwerkstoffe. Und zudem bieten sie dann eben auch noch Softwarelösungen dann gleich hier mit dazu dann an. Also 3D Systems habe ich schon immer wieder mal gehört. Also von vielen Experten dann auch so als kleiner Geheimtipp. Und nachdem ich mich dann auch mal so ein bisschen mit dem Unternehmen auseinandergesetzt habe, bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, dass hier einiges an Potenzial mit drin steckt. Aber beim 3D-Druck, man weiß jetzt halt noch nicht, wann jetzt hier so dann der große Durchbruch in den nächsten Jahren kommen wird. Also dass er kommen wird, da sind sich viele eigentlich drüber einig. Aber wann es dann wirklich so richtig einschlägt, das ist dann natürlich die andere Frage. Aber hier gilt es dann einfach, wenn man mal wirklich auf eine Zukunftstechnologie setzen möchte, noch bevor sie sich jetzt in die Augen viele Anleger gespielt hat, dann könnte man sich mal 3D Systems bzw. den 3D-Druck hier näher anschauen. Da könnte man hier auf jeden Fall fündig geworden sein. Bevor ich euch das dritte Unternehmen zeige, kurz was in eigener Sache. Wenn euch unsere Videos gefallen, würden wir uns sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr unseren Kanal nicht nur ungemein, sondern wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das dritte Unternehmen, welches ich euch heute mitgebracht habe, ist die KinSale Capital Group. Aktuell eine Marktkapitalisierung von 3,8 Milliarden Dollar und ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 7,2. Hier haben wir aber ein Unternehmen, welches schon bereits seit vielen Jahren positive Erträge generiert. Sie sind eine Spezialversicherungsgruppe, die sich ausschließlich auf den Exzess- und Surplus-Lines-Markt in den Vereinigten Staaten konzentriert. Sie nutzen ihre Underwriting-Expertise, um Konditionen für schwer zu platzierende Risiken anzubieten. Was bedeutet das jetzt einfach ausgedrückt? Also sie sind hier in einem Spezialmarkt der Versicherung tätig, den Standardversicherer hier nicht abbieten. Also da geht es dann wirklich darum, schwierige oder hochriskante Risiken abzuschätzen bzw. dann eben zu versichern. Das kann dann beispielsweise ein Wohnmobil sein oder eine Kindertagesstätte bis hin zu einer großen Ölgesellschaft. Also Sachen, die teilweise wirklich sehr schwer einzuschätzen sind und da ist die Kinsale Group seit vielen Jahren mittlerweile tätig und hat sich hier ein riesiges Know-how dann angeeignet. Sie selber sagen auch noch von sich, sie unterscheiden sich von den Mitbewerbern durch ihren effektiven Ansatz von Technologie, einem rigorosen Kostenmanagement und die Kontrolle über die eigene Schaden- und Underwriting-Prozesse. Also hier hat man sich halt über viele Jahre eine große Expertise dann aufgebaut und die Ergebnisse in den letzten Jahren sprechen halt für sich. Der Umsatz ist von 63 bzw. 64 Millionen auf knapp 460 Millionen angestiegen und das Ergebnis nach Steuern von 13 Millionen auf über 88. Also phänomenale Wachstumsraten und hier könnte die Reise eben noch lange so weitergehen, denn vor allem dieses Spezialversicherungsgeschäft ist natürlich was Hochkomplexes und viele sind dann einfach froh, die sonst nicht versichert werden, dass sie dann eben hier jemanden gefunden haben, der ihnen dann helfen kann. Und die Kinsale Group ist auch schon an der Börse wirklich sehr erfolgreich gewesen, aber ihr habt ja gesehen, das Market Cap ist jetzt tatsächlich noch nichts, was irgendwie völlig weggerannt ist. Und ich finde auch das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis zum Beispiel ist jetzt auch noch nichts, was irgendwie völlig in astronomische Höhen dann geht. Natürlich muss man bei so einem Unternehmen dann auch schon ein bisschen auf die Gewinne dann hier mitschauen, wenn sie schon so lange hier mit dabei sind. Aber ich finde, dass sie zurzeit ein wirklich sehr spannendes Geschäftsmodell haben. Natürlich günstig sind sie nicht bewertet, aber bei den Wachstumsraten, die sie in den letzten Jahren hier immer wieder aufgerufen haben, stecken hier definitiv noch einige Potenziale mit drin und sind hier ein sehr interessantes Unternehmen, meines Erachtens nach. Das waren nun die drei Unternehmen, die ich euch vorgestellt habe aus dem Bereich der Multi-Bagger für die nächsten Jahre. Nun würde mich natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Glaubt ihr, die Unternehmen haben Multi-Bagger-Potenzial oder vielleicht sogar befindet sich hier ein waschechter Ten-Bagger mit dabei? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.